herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf dem marsch wir machen gerade eine betankung unseres neuen reparatur wagens den wir jetzt erkaufen mussten lkw tank leer war hat leer das heißt den fahrzeug brauchen sowieso der immer können wir die fahrzeuge auch reparieren und ansonsten für so eine fälle zum auftanken das ist ganz brauchbar das ist ein lkw dass wir noch stoff verkaufen können und später die aussage dort machen können mit soja oder mit raps 1 von wein trocken ist auch schon aufgegangen teilweise dort steht der lkw so leer naja gut soll es schon waren wir anfahren ein lkw wir haben ein traktor er drücken geht nicht anderen seite ran oder wir müssen eben aufklappen er kann auch sein sogar wahrscheinlich abkaufen starten her 2 1 2 3 1 3 dann fahren wir mal rum und schau mal ob dann funktioniert anhänger geht es auch nicht schau mal schau mal schau mal schau mal einsteigen einsteigen das ding ist ja rechts schwieriger vielleicht muss ich hier einsteigen passiert nix m schau mal einsteigen so haben wir es gut ich möchte nur tanken verbrechen ist gut tanken will ich schau mal schau mal schau mal schau mal schau mal kommen ja gut man muss nur wissen das heißt es wieder drehen schau mal der hat eine diesel pumpe schau mal schau mal beschreibung jetzt geht schau mal und das für lausige 45 oder so schau mal schau mal schau mal schau mal schau mal schau mal weg war ihr paar graue haare mehr scharfe körper genommen und kalt ist da naja gut das uhr gerade kann auch noch okay nicht zu heiß wieder ausgabe gemacht wir gar nicht machen wollen was sagt oder das war oder wird nicht gut so ab zum heißkopf werk wie es viel viel arbeit strohende fahrmalen klar aus benzinpumpe starten darauf weg nicht wieder gekommen ich darf so fährst du ran und dann kannst tanken ach die haben wir noch gesehen hier noch hier durch lege braun wolle über drei folgen mit braun wolle aussehen die lenkung mit seinem arsch wo sie man ja nachschauen da was machen kann schnell gefahren so Vielen Dank. Aber die in sich machen, dass wir ein bisschen anders zu fahren können. Dann können wir ja um Feldsfeld auch noch drauf fahren. 70. Let's see. Let's see. Let's see. Neue Rundschaft. Servicewagen. Oops. Da kommt der Auto. Nö. So. 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 So.